So, hey, ich hab' ja jetzt ganz kurz wie der Tanz funktioniert und zwar mach' ich das mit einer langsamen Version. Also wir tanzen uns einfach langsam zusammen und dann geht das ganz einfach. So. Babe, gonna touch you like this baby's ball. Wow, 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 wow. Und hier könnt ihr die Pose machen, die ihr möchtet. Seid kreativ, jeder wendet noch ab und ja, jeder folgt dabei. So, für diejenigen, die jetzt noch nie getanzt haben oder irgendwas, erklär erstmal noch wirklich ganz langsam in den einzelnen Schritten. Also, ihr stellt euch rückwärts hin, macht die Hüfte auf die eine Seite und dann kommt irgendwann Babe, also ich glaube zumindest das Babe heißt. Dann macht ihr so und dreht euch dann um. Und wenn ihr euch umdreht, geht ihr direkt in diesen Schritt rein. Und dann kommt das, das. Von da, so, so, so. Füße beieinander, so. Und dann, so, so, so. Dann wieder von Anfang, wieder das Laufen. Aber diesmal so, 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 so. Dann wieder in die Richtung. Wieder in Herz. Und dann drehen. Und dann kommt die Abschlusspose, wenn ihr machen könnt, was ihr wollt. Denn wir legen was aus. Und ihr seid gespannt drauf. Danke. Ciao. Ciao.